Ah, müsst ihr durch, genau, lange tats. Please. Wow. Und Aris runter, Aris runter, tschüss. Tschüss, Blatt. Schau, Blatt. Nein! Hallo und herzlich willkommen, ladies and gentlemen, zu einer weiteren gepflichten Runde. Let's play Grand Theft Auto V online, zusammen mit MG, Fabi, Wheel Nugget und der Bloody. Hallo, Leute. Hi. Brem. Hi. So, der liebe Neust. Oh, ich muss ganz dringend, erst mal ganz schnell gleich meinen Sender wechseln. Der liebe Neust hat mir eine Map zugesandt. Es ist ein Escape Room. Ich würde sagen, wir vor allen Dingen hier unsere Kräfte und versuchen, das Ding hier richtig geil zu rocken. Blattkrabberg, Barra. Nesti. Ja. Läuft gerade auf, dass wir jetzt eigentlich ganz gut sein. Alter, Junge. Läuft. Was will man denn jetzt sein? Was ist das denn jetzt? Dein Operator. Ach nein. Aris, du hast glaube ich eigentlich schon verkackt. Oh, hab ich nicht. Er wird sich so, ihn zu verkacken. Du hast nicht erster Platz gewinnt, wer am längsten auf ersten Platz ist. Wer das denn so? Oh, ja, hat er so eingestellt. Keine Ahnung. Ist mir auch komplett Wurst. Die Voreinstellung, das Einzige, was ich rausgenommen habe, ist Kontakt. Der Map-Erbauer wird sich dabei wohl was denken, yo. So, jetzt heißt es suchen. Wer suchet, gefunden. Ach du Scheiß, was das für ein Riesenraum. Wer findet, verschwindet, ja. Wer suchet, gefunden, Alter. Was ist das für ein Deutsch? Gigi. Hey, ich hab ein Deutsch schon mal sehr gut aufgepasst. Vor allem mit der Kackkarre. Ah, die Idee ist da. Wettmobil, ne? Au, yo. Ach. Ey, hör auf. Ey, hier ist doch eine Lücke, oder? Seid nicht schon beim nächsten Punkt, du hast halt in der gleichen Kack wie ich hier. Nein, noch haben wir keinen Punkt. Okay. Lass dich, fährt das mal ohne? Okay. Oh, oh, easy. Hast du den Punkt, Digga? Nö. Ich dachte gerade, der hat irgendwas. Der hat vor mir rum. Gigi. Äh? Ich probier's. Kann ich jetzt durchfahren? Oh. Oh. Ähm, Hilfe, ich bin festgebacken. Nein. Was ist das denn? Warte mal, ich spawne einfach mal, mal gucken. So. Jetzt sind wir auf der richtigen Ebene, Alter. Ja, das war aus dem Mann. Warum? Dann müssen wir echt hier oben bleiben. Du, ich habe keine Ahnung, ist ein Escape Room. Wir müssen ja irgendwie versuchen, diese scheiß Punkte zu finden. Interessanter Gedanke, Fabi. Saugeiler Gedanke. Leider nicht. Leider. Weißer Way, der Kanal von lieben Nuggets, oben rechts auf diese Video, unten in der Infobox verlinkt. Auschecken. Fies, Alter. Was ist das denn für ein Rang? Alter, das ist richtig fies, irgendwie. Oh, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Anlauf, Leute. Das ist aber nicht nur das eine Ding. War's das, oder? Ja, ja. Ich glaube auch nicht. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier langschleiden. Warte mal. Hast du einen Punkt, oder was? Nein, ich glaube, es ist Wasser. Ich will spawnen mal. Ich will spawnen mal. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Alter Schwede. Also, spawne. Diese Dinger hier nicht eigentlich kapottschig erfahren, oder was? Ja, komm, du bist zu einem bösen Punkt. Achso, okay. Das muss ja da unten irgendwo sein. Oder soll man hier die Röhre fahren? Ne, da endest du auch, oder woanders. Sicher? Ja, ich bin gerade auf die Röhre gefahren. Kommst du hinten raus, wie ich gerade bin? Ich bin jetzt gelandet, ey. Ah, der Rauf hat mehrere untere Etagen. Ja. Okay. LOL. MG, wie sieht es bei dir aus? Ich habe hier gar nichts. Was ist das für ein Arsch, ey? Noch gar nichts? Also, ich habe gerade hier einen heißen Punkt. Ihhh. Nein. Was ist das für ein heißen Punkt? Also, 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 so, so. So, war schon. Feuerring. Nein. Ende, eine Idee. Oh, nein. Da war ich gerade, okay. Ein heißen Punkt. Ja, einen heißen Punkt. Nein, heißen Tipp. Habe ich so auch lieb. Was? Warte mal. Aha. Warte. Ich glaube, ich habe was. Ich glaube, es ist auch los. Nö, es ist die, weißt, wo ich bin. Ääääh, diese scheiß Karre. Du, jetzt weiß, wo ich gerade bin. Also, in der Position. Wo du bist. Keine Ahnung, weglange ich gerade einfach. No, warte mal. So, ich bin nicht mal gespannt, ob hier was ist. Weil hier hinten ist ganz schön verwirrend. Alter, ist das Asi. Oh. Das nicht. Manche makeke. nein ist das aussie ich habe ja okay ich bin jetzt hier ich bin jetzt nicht hier und doch gab man jetzt egal der balken hat irgendwann den scheiß punkt das viel wichtiger ja dann ist es so weit das ist also ich bin da man wollte erhöhten sich das ding dann ist die frage eigentlich erhöht sich nicht so lange da auf dem ersten platz ich weiß aber nicht wie es ist wenn du keine punkte einsammelst keine ahnung gefühlen freien lauf ja dick ist lediglicher rat so ist es ja das kraftwagen fahrer aber ich habe keine ahnung wie es hier jetzt weitergehen soll das wüsste ich auch was ja weil man ja unten in der halle also unter euch wahrscheinlich wie kommst du noch immer hier hin kann man groß kommt man da wieder aus ich bin wieder aus kann man das kann man das ist die ganze zeit da rein zu fahren und ich weiß es nicht alle hier ist uns kleiner süßer skaterpark oder so warte mal deckel racing das ding ist ja dass der punkt auf der anderen seite des hafens ist wie soll ich da hin kommen guck mal da ist eine tür offen komm mal da durch nein da kommt mal raus alter nein da kommt man nicht durch nee so die röhre hatte ich schon jetzt bin ich hier auch jetzt bin ich hier hochgehe ich auch zu bin ich auch zu schön ja das hab ich schon das ist hier was zersteckt ist auch nicht zersteckt ich habe keine ahnung also neues keine ahnung so ein centorno wäre ein bisschen süßer der hat ein bisschen centorno wird wahrscheinlich ein bisschen eventuell guck mal das ist ja hinten deine bad mobile oh fernesti guck mal nach unten mama warum guckst du mich so an ich? lassen sie das sie gucken sich die trex hier ab nicht explosieren nein nein denn ich will da hoch jetzt bin ich hier unten in dieser halle wo bin ich? warte mal später glaub mal es ist gerade sehr nah ach MC du bist auch hier unten ja wir sind alle glaube ich hier unten oder? nein ich bin gerade wieder oben weil ich wie spawnen musste weil hier unten ist glaube ich richtig ja wow aber wie geht es da weiter ja guck mal das ist so eine röhre und die lacht mich so gefährlich an was ist denn da hinten eigentlich lol naja ich hab keine ahnung gut Leute also oh das ist auch nicht mein Metier nicht verzagen oh hier hinten geht es ja noch weiter geht so viel von dir muss ja irgendwie da oben sein ah stopp hier hinten war gerade was heiler das Ding hat eine Beschleunigung von 0 ja 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 ich glaube Fabi hat den Ansatz oh ja wird vielleicht rausfinden dies alter wehe da gibt es echt Ärger ist echt ne Tür offen hier kann man da rein? ne ahaha ne hier war ich schon mal hau du ein bisschen zu dick und rechts gehst du schlangen musst du bochern ziehen na ja rechts doch rechts gehst du schlangen aber da kommst du auch von oben ab vielleicht kommst du da durch ja das ist eine unendliche Schleife die hier gebaut hat ups geiler also ist hier mit diesem Labyrinth gedöhnt ja so ne Art ah Hauptseil fährt da easy lange ah ich sehe was ich sehe was siehst du was siehst du was ja das ist los hast du es gefunden oder was? ich weiß es nicht ich glaube dass wir sehen was verdächtig aussieht lass mich erst mal genau zu zurück und nur mal gucken wie ich hier wieder runterkomme alter ey diese Karre geht mir jetzt auf den Sack nach ah dir auch? haha obwohl MG ja nicht mehr einen Sack hat auf den sie gegnern eigentlich weißt du es? ich hoffe es ach ja wir haben gestern festgestellt wir haben einen kleinen Schwann ja alter Leute ja ja achso ja dabei war ei hier unten ist nix ah oh Gott ich will in die andere Richtung hauptsache hier ist nicht hauptsache ich komme hier nicht mehr raus wir verarschen ich hasse diese Karre sowas ja ich hasse die Karre auch du warst ja in einer anderen Richtung ne? ja dann kann ich davon ausgehen dass da nichts ist oh please jetzt komme ich nicht über das Geländer drüber oder was nein drüber geschwungen nein über das Geländer hier ja weißt schon ich habe keine Ahnung ich habe eine Vermutung komm mal mit du erinnerst dich doch noch an diese beiden schwarzen ähm Dinger da die man umfangen konnte ne? diese Pylonen ja die beiden Pylonen haben ein Loch hinten drin ja da bin ich schon drauf gewesen ich meine ihr warst auch schon im Loch drin ja dann gehts nicht weiter ja ja danke okay jo also ich würd's ja versuchen hier irgendwie in die Röhre reinzukommen weil die Röhre sieht mir sehr verdächtig aus aber das Problem ist wie kommt man da rein hier und ja bei mir sieht alles verdächtig hier ne auf ja ist so ne ja gut äh ja komm hier nicht einmal dieses scheiß Ding hoch weil die Beschleunigung ist gleich Null hmm äh äh schädigt sie auch invisible wall oder sowas ja das wäre hart am Ende also das ist die Wester Elemente gibt es also es könnte vielleicht sein dass auch irgendwas damit gemacht hat ja was wäre hart 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 ha du kennst los ich weiß ich sag nur dass neggie Snake ja neustür danke trifft wieder perfekt oh lol was denn ja ich hab mich hier verdrückt warte mal ich guck jetzt mir Tatsache ich guck in dieses Video gerade rein was der hat ne ach wieso ja ach wieso weil ich keinen Bock habe 2000 Jahre hier dran zu hängen Ari cheatet Ari cheatet? das aus deinem Mund ne schäm dich ja wir proben und den cheatern wenigstens noch selbst Ari mhm doch der darf wieder nochmal toll wir tryen mal dieses Loch hier wir tryen mal dieses Loch hier mega was macht der da wow was denn so wie gehts wenn du schon guckst oh god ich was? das for real okay alle respawn okay respawn so aloe respawn jo respawn bin da folgt der Führer ente ach hier hi hi oh so ich hab jetzt den ersten Punkt mehr oder weniger gesehen zumindest den Anfang er ist hier hin dann hier durch gefahren wodurch ich seh nichts hier wo bist du also war das noch der richtige Weg wo wir waren nein mehr oder weniger dann ist er hier durch dieses gestangenen Tötens dann da runter ja also können sie dort wo wir waren wow 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 nein ach nö irgendwie dann von dort ähm ja ne im schenken fritz oder was wir gucken ob irgendeiner schon die richtige richtung hatte bin ich auch gespannt wartet auf mich ja da hoch ja wie ist der da hochgekommen äh du kannst wenn der da hoch bist kannst du auch die fließe nehmen da direkt vor dir da hoch rechts 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 hier kommst du auch da hoch wo du hoch wirst du alter nehmt ist jemand nach oben so ich bin da ja verpressi da war ich gerade schon ja da war ich auch gerade durch jetzt auf das irgendwie ging es da nicht richtig weiter MC Ente MC Ente sag hier lang MC Ente alter geil ne Kombination zwischen dir und mir lol yay und dann da hoch ja musst aber so gehen und dann fährt er oh Leute Mann ich hasse diese Karre geradeaus durch ne das ist doch eine wundertolle Karre mega was ist das für ein häppliches so jetzt genauso schön wie der Rüstet ich pausiere hä was so weit war ich auch schon hä warum fällt denn der da wieder runter ist der B nein 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 ey please dieser Punkt geht mir auf den Sack danke du bleibst mir gehen wir weiter ehrlich ich muss hier runter hm ja ich glaube ich bin platt abends oder ja das ist es hier jetzt bin ich wieder hier f*** euch doch hä da war ich lol hier bin ich wohl auch lang gefahren wie ist der da jetzt hingekommen ich gab es nicht lol Amnesty ist das hier nicht was neues nein ja aber da wo ihr seid ist es übel umständlich der Weg dahin zu kommen das kann ich Amnesty wo wir jetzt hier sind ist das nicht was neues nein nein da durch Nugget ähm könnt ihr kurz warten ich muss mich machen so dann ist er hier runter nämlich gesprungen warte ja er ist hier dann runter gesprungen hier ist irgendwas mit dem Feuerreifen ähm Ares könnt ihr vielleicht noch auf mich und Mschwatz wow ja sehr nice äh wir sind dort lol da ist eins Nugget äh jetzt muss ich hier echt wieder zurückspulen hauptsache der macht das in sieben minuten fünf naja ja wenn du den Weg kennst ist er nicht schwer ging hier schon wieder fest ich nur du ja warte mal wir warten hier auf dich wir warten muss ich hier endlich hin so liebe Freunde nach einem kurzen Cut gehts weiter follow me my friends hier hoch wow da war ich auch gerade ja schön ich kann es doch nicht ändern Degas warte mal was hat der ich komm hier nicht hoch warte äh der ist auf alter ja äh so äh pass auf ich stecke halt schon wieder fest ach nö ich kann ihn gar nicht machen die ist aus mit hin und her fahren Alter was macht ihr denn da ähm ähm Mschli ähm ähm was mach ich gleichzeitig Gas und Bremse gleichzeitig und dann ne W ja und jetzt ganz langsam hier vorne von dieser Rampe runter droppen lassen ganz langsam Mschli ich bin doch langsam jetzt bin ich hier irgendwo jetzt ziehe ich hier halb auf der Seite auf so ein pinken Ding und hier hier gehts durch hier hier unter der Rampe und so und so und so hier hier unter der Rampe könnt ihr zurücksetzen und hier gehts durch haha yay so vorsichtig und dann ja ganz ganz vorsichtig loll alter die Kamerasicht ist so Penis junge wahre Ego Sicht loll ich bleib einfach im Baum hängen oder was so wohin digga was ist das für ein Level Rin oh my god da ist ne das ist rechts hm rechts runter so nee warte die meine Position oh ja diese Kamerasicht die ist ekelhaft ooooh digga was ooooh 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 nein ooooh nein irgendeiner ist ins Wasser gefallen ich bleib stecken und dann den Teleporter das lol lol ist jemand ins Wasser gefallen oder was ich glaube ich ist das einfach nicht ich lebe in Warhockey okay so wie es weiter geht weiß ich nicht keine Ahnung ich habe nicht weiter geguckt äh er springt ah alles klar der Wallride hier kommt mit äh wie machen wir das am besten warte mal warte 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 ja guck mal da ey bist du denn hier drin im Teleporter oder bist du draußen du bist wieder in dem warte mal Teleporter zählt als Punkt ne ja ja Gott sei Dank so er nimmt den Teleport dann fährt er hier so hoch ah er dreht f dann fährt er f f f f dagegen danke ja hier unten rein lol schön wieder ja 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 ich glaube das haben wir jetzt so ein paar Mal wir müssen alles alles nachmachen dann hier runter lol nein ubo scheiße fick dich und dann da durchs Tor durch Leute so ich pausiere nehmt ein bisschen Schwung das ist Maßarbeit also wenn das Ding offen ist ja nehmt ein bisschen Schwung du fährst da vor dieses Tor gegen danke wo seid ihr denn also hier unten seid ihr nehmt ein bisschen da soll man echt durchfahren ja da wollte ich vorhin schon raus ist das schief hier geht glaube ich noch ein nein ja ihr fahrt da die ganze Zeit gegen deswegen sind wir jetzt nicht hier ist irgendeine Wand wow man alter yes mach auf mach auf leck mir die Rosette ich bin durch wow ich bin auch durch das jetzt nicht gesehen so von dort lol hauptsache ich brauch tatsache da steht der Video ich verlinke euch das oben rechts ja so wow ich verlinke euch das auf dem i so jetzt muss ich erstmal gucken was macht er dann ach du ich merke Luschen äh Luschen da oben ist der Punkt da oben ist der Punkt das ist voll easy ey komm Leute das kriegt ihr alleine lol das heißt wir auch mal die Spirale fahren ja nicht Spirale das Ding da fahren nein wo steckst du wo steckst du wo steckst du ja gut äh Farmer aus der Mitte komm her hier rüber hallo hallo hi ah hi Leih ist ein unsichtbarer Container die Hipbox sieht man von da nicht mehr na so pff hm oh yeah boy ey du hast ja wirklich eine Spiegel wie hast du das denn geschöpft fast ich weiß wie es geht cool ich hab äh bei mir in der Ecke sind Rollen ich hab keine Ahnung was man da machen muss also der Punkt ist oben ich war oben ihr müsst im Norden aus dem Westen im Westen müsst ihr äh an die an die an die Wand ran hier kommen Alei ähm ja wie ist die über ach guck mal wo man respawn baaaaah wo gehts denn hin wo denn hii 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 bei motorrad nein drück einfach mal F wo man respawn ich hab den Punkt nicht bekommen weil weg rox der kacke Ah, 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 ah. Ja, wo muss ich denn hin und zu dem scheiß Punkt kommen? Ja, Fabian, fahr du jetzt vor, wenn du weißt, wo es ist. Ja, dann lass uns da runter. Würde ich ja gern, Dega. Oh, ich hab da oben lang, Leute. Oh nein! Oh, komm mit. Ja, warte, warte auf uns, bitte. Wo? Wer ich? Ähm, explodet alles. Boah. Ich brauch gleich einen entspannenden WarRide, ganz ehrlich. Ah, das, ah, das, komm, 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 schnell, 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 schnell. Kannst du nicht mal? Los, 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 los! Hier ist auf jeden Fall safe nix. So, kommt mit. Hier vorne die Spirale und dann so ab, dass ihr auf dem Dach landet. Dega, was macht er hier? Äh, BDS, direkt bis tot. Ah, ja. Hä, lol. Ja, eigentlich die Spirale fahren, wenn das Drecks-Game nicht liegt. Ja, dann knall ich gegen ne Röhre. Hab ich schon gemacht. Ja, rechts rum. Hätte ich ja auch gemacht. Oh, nein. Huu, ich seh nur noch. Da würd ich scheiß auch das da mal weggeschieben. Also, meins ist die Map ja nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Rechts ist der ich, oder was? Oh, blöder das. Oh, schade mal, ich hab den Punkt hier eigentlich schon, ne? Ah, oh, lol. Jawoll, lol, lol. Ach, komm. Jetzt haben wir's vielleicht, warte mal. Guck mal. Oh mein Gott. Wo geht's denn jetzt noch raus? Digga, das wird noch so geil haarig, alter. Wie so'n haariges Arschloch. Ich komm da nicht hoch. Ja, ich hab's geschafft. Nagel hat auch nicht gefunden. Ja, ich bin ja schon die ganze Zeit hier. Ähm, also du hast es geschafft mit rüberziehen, oder was? Hier, guck mal. Ähm, ja, hi. Ja, 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 also hier oben und dann müssen wir da oben hoch. Also wie gesagt, die Spirale ziehen und so n'bife nach right rausspringen. So dann wieder auf dem Bug. Nhein, ich, nicht ins Wasser, ich ins Wasser, echt вообще bei dir? Ja, möglichst, schwacher von Bl elves, das ist hilfreich. Wir brauchen Expнеildrettung! Hah! Digga, wir sind da rück, alter. aeab WW vibrant! Äh, lol. Nöööö, Nichtes Wasserfahren, einfach zu chuyen. Er hat das anders gemacht, lol. Ich bin schon wieder respawned! Warte auf das Ding einfach raus, das ist riesig. Nee, bei mir klein ich da erstmal gegen die Röhre und du. Ja, du sollst ja nicht gerade rausspringen, du sollst nach rechts rausziehen. Hab ich doch gemacht. So ob der Hälfte. Dann knallst du erstmal gegen die Röhre, landest aber auf dem Dach. Das reicht. So. Oh. Dann fährt er hier lang. Loll. Ach, das ist für den Cheaterweg. Ja, natürlich, Alter, weil ich fahr den Scheiß nicht lächelt, Alter. Mir gefällt die Map sowas noch nicht. Achtung. Ohne Witz. Bei uns wird nicht beschwert. Weil ihr bei jeder Scheiße schlittert. Ganz einfach. Achtung. Wollen wir die Diskussion jetzt wirklich führen? Nein. Gut, alles da. Ich hab keine Ahnung, was da geht. Danke für die Thematik. So. Dann so. Äh, warte. Alter, hier ist einfach die Hälfte vom Schiff drin. Okay, der ist alles da. Wir müssen da aufs Dach. Ach, der nimmt das hier als Rompe? Hm, genau. So in etwa. Nein! Nicht so! Nicht zu schnell nehmen! Nicht zu schnell nehmen! Nicht zu schnell? Nicht zu steil! Du musst er denn hier als Rompe? Ja, du hast es. Alles da. Bingo, Alter. Äh, lol, nimmt der echt dieses Ding hier als Rampe? Body? Ja, ja. Lol, ich hab das ganz anders gemacht. Ja, ja. Oh! Hi! Endlich, Alter! So, lol! Was macht ihr denn da noch für ne Scheiße? Alter! Bin zu dumm dazu! Ich komm da nicht hoch! Alles gut, Angie! Da vielleicht rein! So, was macht ihr denn für ein Bike? Dann gucken wir mal da rein, Alter! Hm... Nein! Oh! Ups! Verzorgung! Hier? Ja! Dachse! Oh! Wo geht's denn noch? Ah, Leute! Ah, da sieht man nix! Okay, nice! Warte mal! Ganz richtig! Super richtig! Komm, komm, komm! So! Nein! Hey, mein Name! Motorrad kommt da nicht hoch! Mann! Wieso? Stopp! Der nicht höher drauf drücke! So! Alles klar! Ah! Runter! Diese Rampe, die ihr genommen habt, die müsst ihr jetzt nehmen! Und wie? Emschi! 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 Hi! Du fährst da nicht hoch! Komm jetzt! Soig mal! Also, Rampe nehmen! Ja, weiter! Rechts rüber! Emschi! 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 Du musst, äh, hier rein! Oh, lol! Miep! 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 Und von hier oben in diese andere Röhre, weißt du? Wow! Das ist böse! Wie geht's tot auf so einem Dach? Ja! So! Genau so wird das gemacht! Ich bin jetzt auf dem Dach hier drauf, aber... Das kannst du schon anfahren! Das kriegst du hin! Emschi! 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 Rechts rüber! Abspringen! Habe ich! Und dann bin ich auf dem Dach und dann? Ja, dann bist du auf... Achso! Da hinten rüber! Loll! Ehm? Loll! Loll! Warte mal! In die Ecke! Warte mal, warte! In die Ecke! Warte, ich weiß nicht, ob's richtig ist! Ich denke, du guckst das Video! Jaaa! We... Fabi! Ey, ganz ehrlich! Ich bin zu langsam! Ich muss hier und da auf fahren! Ich war zum Beispiel zu hoch! Loll! Ich versuch hier mal... Loll! Ja, genau! Da unten waren! Oh oh! Wow! Alter Schwede! Neust! Warum? So, jetzt bin ich hier unten drin in dem Loch! Ja! Dann geht's hier weiter! Dann geht's hier nicht weiter! Da ist also eine! Stunde später! Alter! Soll mir die Zäune echt hochfahren? Zwischen Zäune und Wand irgendwas! Keine Ahnung mehr! Kann nicht sein, dass ich da nicht rüberkomme! Sonst geht er auch immer hoch! Also, nice! Da gefallen mir deine hardcore Stunts! Gesundheit um Längen besser! Da bräuchst du mal nen Weg nicht so krass suchen! Ja, das stirbt man, wenn du da reinfährst! Du kriegst ja Sinn mit so viel Speed, Alter! Klein! So, Loll! Man muss ja hier... Ah, jetzt weiß ich den Trick! Oh yeah! Ich... Mich? Ja! Wow! Auf dem Roten muss man landen, oder was? Mal! Maaaaaaannn! Alter... Ach so einfach man fahren... Die Kur 현재! Also, ich wär' so pivotiert! Äh, diese... Map... Ich weiß es nicht... Lol Das ist dieses scheiß E-Auto. Hey, warum ist es auf den ersten Platz? Wie war es? GG, ey. Meine Karre ist im Arsch. Willst du mich verarschen? Komm nicht weiter. Deine Karre kann nicht im Arsch sein. Was? Dann ist mein Motorrad halt im Arsch. Ich bin auch der Erste. Kann er mit dir weiterfahren? Los. Ta-da. Kommt ihr run. Ach, Nugget fallen im Winter auf, ja? Ja, klar. Ach, MG. Die Röhre ist doch vollkommen falsch hier, ey. Oh, oh, alter Junge. Oh, 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 oh. Na, get fat, oder was? Ja! Alter, MG, was geht ab bei dir? Geht's denn jetzt hin? Wenn ich bei diesem Kackloch da bin, dann fährst du mit Sturm. MG's Ausraster gibt es nur exklusiv bei uns hier. Ist so! Ah! Oh! Nein! Das hinten bei dem Ding, oder was? Selbstmord. GG! Oh, Mann. Wo denn? Du bist jetzt in dem Loch reingelandet. Ja. Dann hast du noch ein Loch und dann stehst du auf den Schienen. Ja. Ja. So, dein Fall mit Schwach ist gegen das Ding, oder was? Geil. Ja. Hier runter? Ähm. Passiert nicht, finde ich gut. Ach so, ein langes Ding von uns, ne? Ja, diese schräge Scheiße daneben. Und rechts rausspringen es. Rechts auf der Tastatur oder rechts bei... Oh, Millimeterarbeit! Ach, Mann. Also der Sprung der Ritter war doch easy. Ach, der Sprung geht easy. Welcher Sprung? Oh, oh. Oh, oh. Hä? Nein! Wir müssen da lang, oder? Hallo, Zaun, geht doch. Oh, finally, er da. Genau, ich brauche weg, anstatt der Zaundecke zu verarschen. Irgendwo hier hinten. Dreckiger Scheißzaun. Dann macht er was? Leute, wir müssen da durchkommen. Hier durch einfach. Ja, ich hab's noch nicht geschafft. Ja, das fällt wieder weg. Oh, Mann. Hey. Pff, geh weg. Mein Punkt hier. Warum baust du denn sowas ein? Das finde ich ehrlich gesagt, ein bisschen Käse. Durchbarren. Gerade bei Rockstar. Wieso, Rockstar ist das bugfreist Spiel der Welt? Wow, GG. Okay. Ja. Absolut nicht. So macht er das. Wann da jetzt rein? Ey. Nö, verfickte Scheiße, ich hab den Zaun kaputt gemacht. So, leck mich. Bam. Durchbangen. Am Arsch. Wo sind wir denn hier? Ups. Ja, ich hab's gerade im Video gesehen, aber ich war das Ding lieber kaputt. Hab ich mehr von. So. Achso, du hast kaputt gefahren. Ich hab ihn kaputt gefahren, ja. Dann war das auch. Dann hat er mit dem Bike keinen Zaun kaputt war. Ja, scheinbar ja schon. Ja. Weil ich ordentlich weggebreitig bin. Ja. Weil ich ordentlich weggebreitig bin. Das war jetzt gerade der deutscheste Satz. EU-West, oder? Weil ich weggebreitig bin und so. Weil ich weggebreitig bin, Junge. Junge. So, wie krieg ich die Scheiße jetzt hier kaputt? Lack hier irgendwie gegen vor anderen Backnutzen. Halt. Wo will der jetzt hin? So. Dann bin ich da. Dann richtet der sich so aus. Ja, Leute, tut mir leid. Halt. Also, ich krieg diesen Escape um. Auf Teufel komm raus dich hin. So, RS, wo müssen wir jetzt hier lang warten? Ja, das weiß ich nicht. Ries. Hauptsache, ich bin fast wieder. Ja, Honeus. Das ist Assi. Wo seid ihr, Jungs? Ich bin grad beim... We spawnen, weil du bist jetzt auch beim Panto, ne? Wartet. Wir spawnen beide. In die Röhre. Ich komm euch mal entgegen. Was für ne Röhre? Die hinter uns oder vor uns? Ja, gut. Warte. 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 Was war's? Alles klar. Warte. Warte, mich ich nicht dabei. Warte. Warte. Mg's weg. Wo ist Mg's weg? Oh Gott sei dank, was war los? Ich hab grad meine Nase geputzter. Was controlar. Warte. Dann� Hernandez- in die Röhre gehen. Ja, ja, es ist Freespawn und dann... Boah, alter Junge. Wir sind eben gerade losgefahren, Leute. Da muss man sich da oben wieder rumkümmeln. Hier lang. Nein, ich bin rausgeflossen. Oh. So, was macht er dann für Faxen? Nois, also, sorry, aber die Map gefällt mir sowas von nicht. Hier, nee, 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 nee. Leute. Ja. Hey, ich habe schon ein gelbes Auto, ne? Und ihr fahrt trotzdem irgendwo hin. Ja, ihr könnt doch trotzdem gucken, so lange du guckst, oder? Da müsst ihr durch. Lol. Nuggetarzt. Lies. Wow. Und Aris ist runter. Aris ist runter, tschüss. Tschüss, Blatt. Tschüss, Blatt. Nein! Tschüss, Aris. Ah, warte. Ich muss erst mal gucken. Oh, ich muss doch das Video ab und zu pausieren, also. Ist runter richtig? Nein, natürlich nicht. Fick dich! Oh. Äh. Ja, komm, Mann. Reitlich, aber nur, oder? Nee, kommst du so rein. Guck. Hauptsache, der fährt da mit ne Panto durch das engste Loch, ich ne Bestmann. Ich bin zurück. Ah. Ich glaube nicht, dass du auf dem Dach landest, sondern sonst gehst du kaputt. Schlamm ihn auf. Ja, so ein klein bisschen. Allein musst du aufpassen, da hier ist so viel Wasser. Ja, du weißt nicht. Ich, Nugget, hab jetzt hier gar kein Wasser bei dir. Ähm, hier auf der Strecke. Nee, hier links, da unten. Hier oben ist so alles frei bei mir. Hier ist kein Wasser, aber da unten. Höh. Oh, Mann, Alter. Ey, diese Map ist so scheiße. Entschuldigung, Leute. Das ist so haarig, Alter. Wer kommt denn da drauf? Auf sowas? Auf diese, in diese kleine Lücke da rein, Alter, ey. So, wo geht's jetzt lang? Ey, das ist, ist sowas von nicht mein Part, irgendwie rumzuwischen bei nem Map-Evauer, ne? Aber ernsthaft. Wow. So, wo geht's jetzt lang, Leute? Weiß ich nicht. Wenn du mir sagst, wo du jetzt bist, kannst du... Jetzt bin ich auf diesen grauen komischen Scheiß. Ach, ich noch mal. Ja! Loch. Mach mal. Nesti, ich bin auf diesen grauen Kack-Scheiß. Ähm, dann ist da doch, wenn du auf dem grauen Kack-Scheiß-Ding bist, noch so ein Loch, so ein... Äh, stimmt ja, wo ich noch... So, da reinfährt er hier lang. So, da droppe ich da rein. Da bin ich auf dem Boden. Warte, fack, ja. Jetzt. Hin. Äh, jetzt bist du nicht auf dem Boden, äh, jetzt bist du eigentlich auf... Am Wasser. Am Wasser. Ach, dann einfach die Strecke weiterfahren, dann kannst du gleich nur noch einen Weg. Alter, ich wacke doch gleich voll raus hier. Digga, was macht mein Operator? Links das Loch, Alter. Was macht denn ob? Als ob ich da jetzt rein muss. Ich hab's ja gesagt, Nugget ist mit Braver 6 Siege 1 gewonnen. Als ob ich da jetzt rein muss, please. Ja, da bin ich auch grad rein. Aber es funktioniert. Nugget hat, oder? Hier ist der Point. So. Point. Ohlalalalalalalala. Ich hab's einfach nicht. Ich hatte gerade den Stabit. Lol. Das ist der letzte Punkt vor dem Ziel. Ja, dann fahr rein. Ohne Witz. Nee, ganz ehrlich. Ich weiß noch nicht, wo der Punkt ist, aber... Ohne. Was glaubt ihr? Jetzt bin ich mal über das Wasser gekommen. Jetzt ist hier dieser wunderschöne Zaun. Hm, ich liebe es. Nesti, hast du schon den Ansatz? Hä? Nein. Hast du schon den Ansatz? Ich puller hier ein bisschen rum. Den Ansatz kann ich dir geben. Rumkollern. Pullern? Pullernde Augen. Pullern? Ja, pullern. Ah, lolol. Lol. Wies, wehe. Das ist es. Nee, das ist das Gleiche, was ich auch gerade denke. Lol. Guck mal, da wird der Wiese auch durch. Nein. Haupts. Oh Gott. Oh, scheiße. Ah, das ist ein Wiese, wenn du schon da bist. Was willst du? Als nächstes wirst du für Wiese. Gut. Bist du schon da? Nein. Nein. Ich bin vorletzter. Ja, ähm, das ist das Problem bei der Atmosphäre. Nein, ich bin vorletzter. Hör auf, ey. Warum guck mal hoch? Ihr seid... Nein. Warte, warte, warte. Fabi, ernsthaft. Okay, schade. So. Ich denke mal, wir müssen da irgendwie hoch. Wenn das Ding nach oben geht, muss er uns nach oben tun. Teleportieren. Da oben ist der Speed. Eben stehen wir noch an dem Motorrad-Ding rum. Ich weiß nicht, warum wir die Wiese haben. Ich bin einmal hinter dieses schwarze Wand-Dings gekommen. Und dann war da... Warum? Sei froh, dass du den Motorrad-Scheiß hast. Das hier ist noch nerviger gerade. Aber wir können erzählen, wo es noch geht. Wow. Ich seh's mir dann bei dir im Video an. Komm. Und... Bitches. Hast du's? Fahr bloß. Alter, wenn's einer von euch haben kann, fahrt da rein, bitte. Ey, ohne Scheiß. Ja, alles gut. Na gut, wie ist die Lösung? Ich weiß es nicht. Ich... Ja, du hast doch schon den Verwaltungspunkt, oder? Ja, ich bin hier schon so ein anderes Auto. Du bist nicht mehr die Mieze. Was ist das für eine Mieze, was? Ähm, XA21. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Auto ist hier. XA21. Da, wo sich das Beulog-Einen ausfährt. Nee, hier fällt's jetzt gar nix aus. T20 tut das auch. Ja, ja. Irgendeiner war doch gerade beim EF-Metz-Auto. Ich glaube, ich T20 erkenne. Ja. Eventuell. Warte mal, was steht da drauf? Ocelot steht hinten auf dem Motorblock. Oder OC und das wie so eine Katze. Vorne steht Ocelot drauf. Auf dem Kühlergriff. In real life ist die Karren Jaguar. Heizt derweil. Ja, ich glaube, sie vorne auf dem Kühlergriff ist... Stand übrigens... Äh, vorgestern vor meiner Arbeit. Oh, nö. Ja, Nugget, das ist Mieze. Okay. Ich weiß nicht, ob das der richtige Punkt ist, Alter. Nein. Es scheint so, als ob das der richtige Punkt wäre. Wir hatten ja eigentlich gerade... Wir hängen 42 Minuten an dieser Map, please! Scheiße, wo ist die Scheißlösung, ey? Ah, das meinte... Ah, das meinte... Ah, das, wie heißt der YouTube-Kanal? Genauso neu? Ja... Oh, oh. So, wo will der hin? Jetzt steht... Ach, du bist schon hier, sag du was. Ach, lol, warte mal. Dann fährt der rechts. Ach, kommt man da vielleicht so rüber? Rechts. Das ist, glaube ich, die Röhre, da neben der Bloody steht. Und was will er dann? Dann macht er einen Warride, den er ziemlich krass da oben zieht. Bitch, please! Was für ein was? Oha! Da hat er verkackt. Das ist doch... Oh, lol, ich muss echt mal meine Kamera irgendwie auf die andere Position... Mann soll da verkacken! Als ob neu ist. Als ob. Als... Was müssen wir machen? Oh Gott! Probier's einfach. Warride. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Du brauchst den Speed. Hoch, Alter, voll verkackt. Über der Röhre... Und dann irgendwie auf dieser Röhre landen, auf der ich gerade war... In der wir sind... In der wir sind... In der wir sind... In der wir sind gerade drinnen. Auf und drauf, oder was? Oben auf der Röhre drauf. So, pass auf, wo bist du denn? Ach, lol, da. WTF, ich muss man hier irgendwo... What the fuck, ey! Noist! Du kleiner Assi! Das ist echt gemein! Leck mich am Arsch! In die andere Röhre da hinten rein? Ja, oben eine ist drauf. Ohne Scheiße! Ohne Scheiße! Du musst übrigens krass hochziehen. Ja, ich hab'n das dein... Okay! Ich hab'n nicht gesagt, nö, du darfst das nicht. Da unten ist das Ding. Alter! BT, Alter! Komm noch nicht mal bis zum Speed hoch, da kackt das schon mal! Ah, komm, jetzt kriegen wir hoch. Die Instantly ordentlich hochziehen! Ja, ja, das hat das ein Griff, ja! Was war's bei Peck? Ich war über dem Speed jetzt! Scheiße! Alter! Das Problem ist einfach mal, dass das so ultra krass Assi ist. Oh, ich bin oben drauf! Oh! Ach komm! Da... Oh, das ist ne Lücke! Genau! Schade, das war... Hast du die Lücke umgesehen? Da ist ne Lücke in der Wand. Bei dem gelben Ring. Ja, da in der Wand ist ne Lücke. Richtig, ich bin... Ja, aber ich häng jetzt übelst dumm an der Wand dran. Ja, war... Ich komm noch nicht weg. Ja, scheiße! Hallo, Auto! GG! Wow, jetzt... Alter, ist Pies! Nein! Alter! Äh, Leute, ich bin jetzt in der Röhre drin. Nein, bring auf die Röhre drauf! Auf die Röhre musst du! Oh, reudige Rosettenscheiße! Röhre... Ach, Mann! Ich will ein Spiel, das funktioniert, wenn ich was machen soll. Oh... Ein reudiger Rosettenscheißer. Oh... Ich bin jetzt in der Röhre durchgefallen. Wow! Wie fett ist das? Ja, komm! Oh, das war jetzt in der Röhre. Oh, das war jetzt in der Röhre. Wie geht's dir da hinten so? Alles gut? Das war zu viel. Ja, ja! Noch geht's, ja. Ja, ja! Also, jetzt bin ich da schon wieder... Oh, 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 oh... Dann muss ich da in diese Lücke in der Wand rein. Also, also... Aber ich komme jetzt hier bei dem Zorn nicht weiter. Das... Okay. Bei der Lücke in der Wand muss ich schon rein. Geh ich schon aus, ja. Wie kommst du überhaupt hoch? Wie wirklich Insta ganz hoch. schweb ich nicht immer wieder auf erster ist einfach von mir passiert ja ich bin jetzt in so einer anderen röhre drin du hast 150 dollar an den mechanik bezahlt ja ich bin wieder das setteil ja wow alter diese kacke war ein zielplatz bist du echt durch ja ja lol lol den blitzer nicht alles hat es alles hat es alles hat es alles hat es gerade glaube ich wirklich war da bitte fahrt ins ziel ihr habt keine lust mehr diese map ist toll oh ich fahre mal zu flach auch ey und wenn ich möchte dann nochmal lack haben in die lücke reinzukommen so oder ich fliege komplett rüber du brauchst du noch lack in die lücke reinzukommen es kann sein dass du weg bist du bist check this out check this out yeah vielen dank für dein abo hey noch ein abo wuuh hallo abo Leute soll ich es beenden ich fahr jetzt ins ziel ja ich darf ja fahr ins zielselle nochmal ich glaube ich hab's jetzt ich muss oh alles schaut zu ohne das video hätte ich es nicht geschafft ich sag euch wie es ist ohne das lösungsvideo alles danach in die röhre oder was no fucking way ja dann hast du deinen verwandlungspunkt und aus der röhre einfach nur nach unten ich trage an die anderen beiden soll ich es beenden ja fahr jetzt rein alter im jiraf sich richtig aus ey ich will so einen try machen wenn ich den jetzt hinkriege dann küsse ich dir deine eier ich hab's geschafft ich bin über die röhre rüber sehr gut also ich bin auf die andere seite geflogen ne ich hab's nicht auf die röhre drauf geschafft ok dann bin zu weit geflogen soll ich rein ja oder nein jetzt hänge ich hier fest ja fahr rein fahr einfach alter schöne fahr einfach ich hab keine lust mehr gut gut so ich schaue nochmal auf MC liebe Freunde wir sind am ende einer episode angelangt wenn es euch gefallen hat lasst es uns doch mal durch ein Däumchen nach oben ist wer richtig nice wer richtig fresh ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen kanal abonnieren und natürlich dir verlaget damit ihr nichts mehr verpasst ich bedanke mich recht herzlich bei eurer aufmerksamkeit und sag ihr schön bitte und noch einen wunderschönen tag tschau 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 ich bin